Sambri und Batschi Lässig! Auf Sambri und Batschi Lässig! Heute gibt es mal ein neues SBL Video. Und zwar haben wir heute völlig verschlafen. Wir sind normal, stehen wir um 7 auf und dann sind wir erst um 8 aufgestanden. Na gestern wurde die Zeit umgestellt. Also gestern Nacht. Also von vorgestern auf gestern. Und genau, schaue ich her, schaue ich hin, Katzen überall da oder so ähnlich. Es ist gar nicht Sommer. Ich kann doch nicht raus und Mäuse jagen, die ich dann hier auch reinbringen kann. Ist da hinten vielleicht eine Nö. Ich kann doch nicht raus und Mäuse jagen, die ich dann hier auch reinbringen kann. Ich kann doch nicht raus und Mäuse jagen, die ich dann hier auch reinbringen kann. Ich kann doch nicht raus und Mäuse jagen, die ich dann hier auch reinbringen kann. Ich kann doch nicht raus und Mäuse jagen, die ich dann hier auch reinbringen kann. Ich kann doch nicht raus und Mäuse jagen, die ich dann hier auch reinbringen kann. Ja, ich gehe jetzt ganz hoch, also soweit ins Studio heißt es ja, und werde ein Playmobil drehen. Mir wurde nämlich per Instagram eine Geschichte geschrieben, die ich gut mal spielen könnte für Playmobil. Und dann mache ich das jetzt mal. Was will sie denn backen? Ich backe jetzt was mit Hefeteig und Apfel oder so. Rein? Ja. Willst du jetzt rein oder willst du nicht rein? Nicht! Ruddelsupp! Krass wie viele Videos wir schon haben. Jetzt muss ich hier im Playmobil Teil 4, den habe ich nämlich gerade aufgenommen. Nicht ein... Nein! Nicht eine Verknüpfung, sondern einfügen. Genau! Wer ist denn, Freunde? Wir haben jetzt gerade Mittag gegessen. Ich bin jetzt hier im Studio. Und... Wer ist denn, Freunde? Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Instagram-Videos gemacht. Unser Instagram findet ihr in der Infobox oder Videobeschreibung. Und dann könnt ihr uns gerne kostenlos abonnieren und liken. Ciao! opened líneastube hinunter. Tschüss! Und daRednerwechsel!